Mein Name ist Carsten Liese von der Firma Inline Software GmbH. Ich bin Geschäftsführer und wir bieten Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung an. Alles aus einem Hause. Wir sind Softwarelöser. Das heißt, Sie können bei uns eine spezielle Software bekommen, die Sie kundennah, hautnah für sich bekommen. Die Marktbegleiter bieten Standardsoftware an. Wir sind das Haus, was spezielle Lösungen für Sie anbietet.